Final Four des MV-Pokals und damit begrüße ich Sie zur 266. Sendung von Sport in Schwerin, heute aus der Dobberaner Stadthalle. Bei mir ist der Steffen. Was für Mannschaften werden wir heute sehen können? Ja, also es sind Mannschaften, die mir von meiner Mannschaft sehr bekannt sind, mit Pasewalk HV und TSG Wismar, die im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen. Ich habe in der ersten Runde gegen Pasewalk gespielt, mit meiner Mannschaft dort sank- und klanglos ausgeschieden. Und im ersten Halbfinale trefft dann eben Teil der Strasse und der V auf unsere erste Damenmannschaft. Von der Ausgangslage her, unsere erste Damenmannschaft ist natürlich eindeutig Favorit, aufgrund der Tatsache, weil sie die höchste Liga haben, mit der Ostdisch-Spree-Liga. Zwei ein V-Ligist und mit Pasewalk eben Teil ein Verbandsligist. Also wenn man von den Tatsachen ausgeht, beziehungsweise von den Daten, dann ist unsere Mannschaft klar Favorit und Pasewalk Außenseiter. Aber so sehe ich es nicht kommen. Gut, wir haben ja auch Final Four der Männer. Was für Mannschaften dürfen wir da erwarten? Also ich sehe hier zum Beispiel Bad Doberaner SV 2, HSV Leutz, Strahlsunder HV und SV Krivitz. Was dürfen wir von diesen Spielen erwarten? Naja, also die Halbfinale-Begegnungen sind auch relativ eindeutig da. Es sind zwei Drittligamannschaften mit Strahlsund und mit Lütz. Und eben Teil Krivitz und Bad Doberan 2 sind zwei Verbandsligamannschaften. Von daher denke ich mal, dass es auch eine eindeutige Geschichte werden müsste. Aber dadurch, dass eben Teil die ersten Männer von Doberan nicht im DHB-Pokal gespielt haben, ist es möglich, dass diese Leute hier auch im Vereinspokal eingesetzt werden, also im Landespokal. Also es kann auch sein, dass Doberan 2 eigentlich mit der ersten Mannschaft und die dann auch in der Drittligamannschaft ist auftaucht. Gut, dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß bei dem ersten Spiel zwischen SV Grün-Weiß und dem Strahlsunder HV hier im Final Four in Bad Doberan. Vielen Dank, Bad Doberan und bei den Männern im Landesbefall. Und die erste Begegnung heute, das erste Halbfinale, beiden Damen, SV Grün-Weiß-Schwerin gegen Strahlsunder HV. Wir begrüßen als erstes die ersten Mannschaft in SV Grün-Weiß-Schwerin und ihr Fans. Oliver Grün-Weiß und Eingemalschäfte Marie Kürschner, 431 Wiege Badenau, 430 Stefanie Dupe und die Nummer 9 Wendy Hütte. Ich hoffe, da war jetzt nicht zu viele Fehler drin. Und die Ausstellung der Gäste kommt gerade nach V. Nummer 1, Nadine Holzhau, die Nummer 3, Julia Schwandlick, die Nummer 4, Claudia Koch, die Nummer 5, Luisa Gottschalk, die Nummer 6, Josefin Stücker, die Nummer 7, Sophie Niedtke, die Nummer 8, Sandra Braun, die Nummer 10, Cindy Kühl, die Nummer 11, Peggy Hannerwald, die Nummer 12, Sophie Heidner, die Nummer 14, Laura Schröder und die Nummer 15, Julia Brode. Und die Schüssel in der ersten Partie, die Herren Brezzi und Bülers. Schönen guten Morgen hier aus Bad Oberan. HVMV Pokalrunde. Die ersten Halbfinale stehen an. Hier trifft Grünweig Schwerin aus der Ostdeutsch-Prä-Liga gegen den Stahl-Sonder-HV, Ostdeutsch-MV-Liga aufeinander. Und wir hoffen auf ein spannendes, umpackendes Duell. Es geht etwas nervös los. Und da auch schon der erste Treffer. Wendy Künzel für Grünweig Schwerin erfolgreich. 1 zu 0. Und als Belohnung dafür holt sie sich auch gleich die gelbe Karte ab. Sie darf natürlich beim Anwurf, beim ersten Pass nicht störend dazwischen gehen. Daher folgerichtig die gelbe Karte. 1 zu 0. Annih! Erster Fehlpass vorne im Angel vom Stadion A.V., dann die schnelle Vorwärtsbewegung durch Kerstin Felgel, die mit dem zweiten Treffer, und er geht auch wiederum schnell, aber da hat Jule Grünwald noch nicht ganz so viel Glück beim Greifen des Balls, 2 zu 0 Führung. Wir sehen auf Schweriner Seite eine sehr offensive 5-1 Deckung. Und hier jetzt auch der erste Treffer für Strasund durch Sandra Braun vom Kreis erfolgreich zum 1 zu 2, aber direkt im Gegenzug, wenn die Künzel über die Linksaußenposition zum dritten Treffer für die Grün-Weiß-Damen. Da hat die Abwehr aber ganz tief geschlafen. Abstimmungsproblem im Abwehrzentrum, sodass Cindy Blüm den Treffer Nummer 2 erzielen kann. Strasen Felgel hat wunderbar aufgepasst, treibt den Ball nach vorne, auch Jule Grünwald, der passt sehr erfolgreich zum 4 zu 2. der Ball nach vorne. Das ist ein technischer Fehler. Jetzt vielleicht mal ein ruhiger Spielaufbau. Tolle Einzelleistung durch Wendy Günzel, Sprung, Hüftwurf und Treffer Nummer 5. Der neu geht es schnell. Technischer Fehler. Und Gegenzug durch Marie Kinscha. Erhöht schnell auf 6 zu 2. Und auch da hat Wendy Künzel die Hände mit am Ball. Die Aktion war noch nicht von Erfolg gekrönt. Neun Meter für Grün-Weiß. Die Aktion war noch nicht von Anfang an. Passives Spiel angezeigt, Benni Künzel mit dem schnellen Abschluss Aber da kann Nadine Holzau das erste Mal den Wurf entschärfen Sandra Braun hat im Gegenzug die Möglichkeit vom Kreis Scheitert aber bei dem Versuch das Tor zu erzielen Gersin Fekel ans Gebäck und im Nachbruch Tini Schröder 7 zu 2 Führung Sini Plüm übers Tor und sofort im Gegenzug Marie Künzel scheitert an Nadine Holzau der ein zweites Mal sie auszeichnen kann Aber nach Einwurf für Grünweiß Tini Schröder erfolgreich 8 zu 2 Führung für Grünweiß-Spring Jetzt hat Sandra Braun etwas mehr Glück Treffer Nummer 3 für Stasun hat sich schön in Szene gesetzt Aber auch stehen wir hier Ballverlust auf Schweriner Seite Auch Stasun kann es schnell nach vorne Und erfolgreich für Stasun Julia Schwarnbeck Schweriner Seite Und Tor ist die Welt für Januar Und Tor ist die Welt für Januar Und Tor ist die Welt für Januar 2 für Januar 1 für Januar Schrittfehler angezeigt durch die Schiedsrichter. Jenny Künftel hat Erfolg in der Abwehr, leitet den Konter mit einem tollen Pass auf Jule Grümold ein. Sie verwandelt sich ja zur 9-Zug-Führung. Die Schiedsrichter Gelbe Karte für Samra Braun. Die Abwehr hat wunderbar aufgepasst. Kerstin Feckel produziert den Fehlpass. Treffer an Nummer 5 für Strasund durch Peggy Hannawald. Und Sandra Braun eben schon vorgewarnt durch die Schiedsrichter mit der gelben Karte. Jetzt mit der ersten 2-Minuten-Strafe. Somit Unterzahl für Strasund. Überzahl für Schwerin. Stürmer Foul, Jodawenk. Wäre der Pass nach außen wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen. Nächste gelbe Karte für Jule Grünwald. Die Rечь sind unter den 2-Minuten und die Schwerin und die Schwerin. Glocken von der 1.9 Uhr in der 1.9 Uhr. Und Peggy Hannawald kann sich durchsetzen, gegen ein, gegen zwei und er zählt den Treffer Nummer 6 für Strasund und Jola Weng sofort mit dem Fehlpass. Josefine Sprücher erfolgreich zum 7 zu 9. Strasund wieder komplett. Sandra Braun wieder mit auf der Platte. Schrittfehler, Kerstin Felkel. Und wieder geht es schnell. Sandra Braun, Nachpass von Peggy Hannawald erfolgreich. Nur noch ein Torführung für Rüberschwerin. Jetzt haben wir noch 9 zu 8 Uhr, wie für Rüberschwerin. Frau Schütze, wir machen Sandra Braun. Der Wechsel hat sich gleich bezahlt gemacht. André Dormann aus dem Rückraum. Anstoßtreffer durch Josefine Sprücher. 9 zu 10. Der nächste Fehlpass, aber jetzt mit Glück des Züchtigen, der Pfosten, hilft den Schweriner Mädels. Zwei schnelle hintereinander folgende leichte Fehler. Das kann man sich auch gegen eine Mannschaft wie gegen die Station nicht erlauben. Dann wird es hier unheimlich eng. Das kann man sich auch gegen die Station nicht erlauben. Malen. Marie Kincar im Konter erfolgreich. Helf zu neun Führung. Übungen bei Schüring. Ballgewinn durch Wendy Künzel und Tini Schröder mit dem Schrittfehler. Schüringer. Es folgt gleichermaßen. Ein Fußfehler auf der Scharsonderseite. Schüringer. 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 Und sofort im Gegenzug Josefine Sprücher. Anschlusstreffer Nummer 10 für Strasson. Gersin Weckel scheitert an Nadine Holzhau. Und im Gegenzug Cindy Blüm aus dem Rückraum erfolgreich. 11 zu 12. Nächster Wechsel auf Spreener Seite. Steffi Dube kommt für Kerstin Ferkel. Tini Schröder rückt auf die halblinke Position. Das hat sie auch schon aus der Spreenliga ein-, zweimal beweisen können. Und Joda Wenk wieder, wiederholt mit einem Passfehler. Unzufriedenheit bei Andreas Bartlau. Da jetzt der Ausgleich fällt durch Cindy Blüm. 12 zu 12. Da kann man nicht viel sagen. Antje Thoman. Mit einer Handgranate. Eingenetzt. 13 zu 12 Führung. Und Team Time Out, Strasson der HV. Und Team Time Out, Strasson der HV. Norddeutschischen Aufmerksamkeit. Bei der Stein. Du bist der dritte. Ich werde endlich mehr gehörer. Dann wiederholt mit der Hinzu. Und die Flagsstuzisch zu fahren. Klara den Nachmittag. Die Flagsstuzgeist zu fählen. Das ist schon ein dummer, der Tag Ende des Parkesstuzges. Tuck, 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 tuck! Das Team-Timeout ist beendet. Es geht weiter beim Stand von 13 zu 12. Nach knapp 20 Minuten gespielt für Schwerin. Der Pass durch Hanna Wald. Antje Thurmann kann zwei Leute durch ihr 1-1 binden. Dann mit dem Pass zu Tini Schröder. Sie erhöht zum 14 zu 12. Tuck, 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 tuck! Tuck, tuck, tuck! Tuck, tuck, tuck! Tuck, tuck, tuck! Resolut, ihre Körpergröße ausgenutzt. Laura Schröder. Erfolgreich. Und nach technischem Fehler beim Anwurf, Peggy Hanna Wald erzielt den Ausgleichstreffer 14 zu 14. Kurzes Aufposten von Wendy Künzel. Dann zieht sie aus dem Rückraum ab. Es erfolgt für Schwerin. 15 zu 14. Marie Künzel aus der guten Abwehr aus der Schwerinerin in den Konterbewegungen und Treffer Nummer 16. Wieder zwei Toreführung für Schwerin. Herr Künzel aus der Schwerin. Und Marie Künzel aus der Schwerin. Und Marie Künzel holt den 7 Meter raus. Und es stehen sich gegenüber Nadine Holzau gegen Wendy Künzel. Mit viel Wut und Bauch, Wendy Künzel. Mit Unterstützung des Vossens. Treffer Nummer 17. Gelbe Karte für Tini Schröder. Fürs Ringen am Kreis. Kann man geben, muss man aber nicht. Das ist ein normaler Zweikampf am 6-Meter-Kreis. Der Wurf ging vorbei und springen jetzt wieder mit der Möglichkeit auf drei Tore zu erhöhen. Jini Schröder mit dem Wurfversuch. Aber Nadine Holzau kann den Wurf entschärfen und leitet die erste und zweite Welle ein, über die man dann erfolgreich ist. Und der Ansatz hat er 16, 17 durch Peggy Hannawald. Marie Künzel hat eben gerade Glück bei dem Pass. Da der Ball zu, wenn die Künzel kommen. Die versucht sich im 1-1. Kann nur durch einen Foul gestoppt werden. Er ist 7 Meter. Und er geht über das Tor. Das bleibt bei der 1-0-Führung für Schwerin. 17 zu 16. 1-0-Führung für Schwerin. 1-0-Führung für Schwerin. 1-0-Führung für Schwerin. Toller Block durch Wendy Künzel. Jetzt kann es mal wieder schnell gehen. Yoda Wenck... Ungewöhnlich für Sie, über die Rechtsaußenposition, 18 zu 16, Führung. Übertreten durch Sandra Braun, Steffi Dube, im Gegenzug. Treffer Nummer 19, Treffer Nummer 1 für Sie, Führung, 19 zu 16. Untertitelung des ZDF, 2020 Schröder auf Kinscher, aber Holzhau hält. Anna Pöschel hat auch nicht viele Hände an den Ball bekommen, aber hier zeigt sie sich als sicherer Rückhalt der Schweriner Mädels. Die Möglichkeit durch Joda Weng, Sinuzzi, 4-Tore-Führung, 20 zu 16. Die nächste 2-Minuten-Strafe, es trifft jetzt Tini Schröder, durchlaufendes Anwurfkreises. Da sind die beiden O-Partei-Schen sehr genau und sehr gerecht. Steffi Dube erobert den Ball, leitet mit einem etwas verunglückten Pass, aber trotzdem die Konterbewegung für Marie Kinscher ein, sie zeigt sich sicher im Abschluss 21 zu 16. Jetzt wieder 5-Tore-Führung, nachdem es in den letzten 6, 7, 8 Minuten nicht ganz so rund wie für die Schweriner Mädels. Ballgewinn durch Wendy Künzel und Treffer Nummer 22. Dem entgegenstehen 16, auch Strasse an der Seite. Nächster Ballgewinn, diesmal durch Joda Weng. Und wieder misst es hundertprozentig im Konter, Marie Kinscher, baut die Führung aus, 23 zu 16. Diesmal durchれ 열� Max eine달m hugs K valuable und Begrüßung in Deutschland mit Abweichung. Das war's TV für ihn als Experten. Wenn der Drinn zum Papier goodbye CSU in plankтом, eivinig mit einer Chance für die Fröhre zu bekommen eben auch nicht, Treffer Nr. 24 für Schwerin, Antje Tormann erfolgreich und nächster Ball gewinnt, jetzt geht es schnell. Es sind noch 20 Sekunden zu spielen, alle Zeit der Welt, nochmal einen kleinen Spielzug aufzufahren. Es sind noch knappe fünf Sekunden. Und Halbzeit, Führung für Schwerin 24 zu 16. Führung für Schwerin 24 zu 16. Führung für Schwerin 24 zu 16. Höhnen 24 zu 16. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wieder Ströder auf Dube, diesmal Steffi Dube übertreten, Abwurf vom Kreis. Im Tor der Grün-Weißen, jetzt Susi Grimm für Anna Pöschel. Joda Wenk jetzt auf der Bank, geschuldet durch ihre technischen Fehler. Kerstin Feckel wird sie jetzt auf der Position halb rechts ersetzen. Und Marie Kincel scheitert an Sophie Weidner, aber im Nachhub Steffi Dube über die Linksaußenposition. Treffer Nummer 26. Und erste Parade von Susi Grimm, aber ihr Pass ist zu lang, den kann Steffi Dube nicht erlaufen. Somit heißt es, wieder mit der Abwehrarbeit beschäftigen. Schwerin hat seine Abwehr jetzt umgestellt. Auf eine 6-0 zurückgezogen. Am Kreis. Schwerin hat seine Abwehr jetzt umgestellt. Auf eine 6-0 zurückgezogen. Am Kreis. Block durch Blüm an Feckel. Die erkämpft sich den Ball zurück. Ein leichtes Gerangel um das Spielgerät. Feckel behauptet sich den Ball. Antje Doman nutzt ihre Kraft, nutzt ihr gutes Auge und netzt ein zum Treffer Nummer 27. Unsampf gefallen. Cindy Plüm. Aber sie steht wieder. Schrittfehler durch Blüm. Roman. Der Ball ist zu kurz. Cindy Plüm pflückt das Ding aus der Luft. Das andere Raum mit dem Treffer Nummer 19 für Strasund. Und das Ganze verschuldet durch Kerstin Felkel. Sie muss dafür zwei Minuten von der Platte und der Zahl, Situation für die Schweriner Mädels, fünf gegen sechs. Steffi Dube scheitert, Hans-Sophie Weidner, der Ball aber im Seitenaus, daher ein Wurf für Schwerin. Und Antje Tormann avanciert zur Torschützin für die wichtigen Tore. Treffer Nummer 28. Kurzes Aufkreuzen und dann der Bass von Senni Blüm auf Joja Ruhne. 20 zu 28. Antje Tormann beschäftigt die ganze Straße ohne Abwehr. Sie ist links zu finden, sie ist rechts zu finden, sie kommt über die Zentrale und ist der Ball selber noch gefährlich. Und wieder in Aktion. Dini Schulter scheitert am Block. Den Rest erledigt. Sophie Weidner sichert die Kugel. Zufi Detke verzieht am Tor vorbei. Kann Spurin die nächste Situation nutzen. Sieben Meter Abwehr durch den Kreis, rausgeholt durch Kerstin Felkel und es tritt an, Antje Tormann gegen Sophie Weidner. Scheitert mit einem sehr schlecht geworfenen 7 Meter, Antje Weidner, die hat wenig Mühe, den Wurf von Antje Tormann zu entschärfen. Fußfehler durch Dietke, Schröder auf Kintzscher. Aber erneut Sophie Weidner mit einer tollen Parade. Aber Marie Kintzscher wird gestört durch Julia Schwambeek, die dafür von der Platte muss. Zwei Minuten Strafe. Und jetzt kommt Nummer 33, Vivian Bartlau, zum 7 Meter. Hat sich einige Male auch schon in der Ostseespray-Liga auszeichnen können. Durch ihre Abgeklärtheit. Und wir lassen es uns wünschen, dass es auch heute wieder funktioniert. Und aber auch, es funktioniert bei ihr nicht. Sophie Weidner entschärft den nächsten 7 Meter. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und jetzt nochmal, jetzt kommt der Pass an von Susi Grimm. Steffi Duwe, ganz abgeklärt. Und dem Treffer Nummer 29. Station 20. Geräusche. Schöne an. Ach, okay. Versuch. So Steffi Duwe, ganz abgeklärt. Langbeinig, Schritte, was ist das? Zeit! 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 Hey, Santa! Hey, Santa! Nummer 21, er zählt durch die Strassunderinnen. Nummer 21, er zählt durch die Strassunderinnen. Und im Gegenzug, Julia Rohne, Anschlusstreffer 22 zu 29. Wendy Künzel löst sich aus der Mandeckung. Und nach Pass auf Felkel, der passt raus zu Kinca, packt ihre linke Klebe aus und netzt ein zum 30 zu 22. Erneut kein Pfiff, Schwery mit der Möglichkeit. Das hat doch mal super funktioniert. Zwei schnelle Pässe, gerade auf der rechten Außenposition. Wiederum Marie Künzscher frei. Erhöht zum 31 zu 22. Und Susi Grimm lenkt den Ball ans Gebälk. Schritt wieder her, durch Antje Tormann. Schritt wieder her, durch Antje Tormann 妙 McGraw ist zu stechst. Menschen gehen hinterher, wenn sich bei uns Uncle Tour geundert viel streng, praktische Fraktion sportiv. People are wütendüssig. Das sind die Zuzi Grimm stellt die Hand vom Körper ab, wehrt den Wurf ab und wieder hochschnell eingeleitet. Grimm auf Künzel, Künzel auf Dube und Steffi Dube erfolgreich, 10-Tore-Führung, 32 zu 22. Jetzt kommt auch noch das Wurf. Pech dazu, auch Strasunderleiter. Zuzin Spieger nur an den Pfosten und im Gegenzug Marie Kinscher, 33 zu 22. Jetzt ist die Führung für Schwerin. Es sieht standesgemäß aus, aber diesen Vorsprung müssen sich die Schweriner Mädels hart erarbeiten. Grundlage für die Abwehrumstellung und die bessere Rufauswahl. Massive Spiel angezeigt durch die Umbeileichen. Und leicht abgefälscht der Ball von Sophie Dietke. Zuzi Grimm sieht ihn spät, kann ihn nicht mehr entschärfen. Daher 23 für Stralsund und 33 für Schwerin. Marie Kinscher bekommt ihre Pause auf ihrer Position. Wie oft auch schon gesehen, Jule Grünwald. Ein Mannblock für den Neumeter Reich, um Benni Künzel den Weg zum Tor zu eröffnen. Ziehen wir die Treppe an Nummer 34. Der Pass war erneut zu lang. Und jetzt auch Tini Schröder mit der verdienten Pause. Joda wenkt zurück im Spiel. Hoffen wir alle, dass es für Joda eine angenehme Pause war. Joda hat Probleme mit dem Ball zu kontrollieren beim Prellen. Und scheitert dann an Sophie Weidner, die erneut mit einer tollen Parade Schlimmeres verhindern konnte. Durch die Parade und durch das schnelle Vortragen des Beis kann Julia Rohne verkürzen auf 24 zu 34. Kerstin Felke schmeißt sie ins Getümmel, wird belohnt mit dem sieben Meter. Und das Duell jetzt, wenn die Künzel gegen Sophie Weidner die schon zwei sieben Meter halten konnte. Aber beim dritten ist sie chancenlos. Führung 35 zu 24. Führung 35 zu 24. Kurze Konfusion. Altier Thomas weiß gerade nicht, was dort los ist. Wurf versucht durch Claudia Knob zu Siegrim, kriegt die Beine schnell zusammen und die Einleitung, dann auch Jenny Künzl, die findet ihre Gegenspielerin, sieht die mitlaufende Parallelzuschuss, eine Yoda Weng, sie hat jetzt alle Möglichkeiten gehabt, freie Bahn, Treffer Nummer 36. Ein, zwei, fünf. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Strassund nicht mehr allzu viel einfällt, wieder passives Spiel angezeigt und Cindy Blüm verzieht und die Möglichkeit für Susi Grimm sich erneut auszutechnen, durch einen tollen Pass auf Jule Grünwald. Sie gibt die Glückwünsche weiter an Susi Grimm, Treffer Nummer 37. Susi Grimm erneut mit der Hand am Ball. Der Abpraller landet aber bei den Strassunderinnen und Knob mit der zweiten Möglichkeit. Jetzt nutzt sie sie und mit Kürzung 25 zu 37. Benni Künzl pustet auf, dann der Blick nach außen, wo Jule Grünwald sich positioniert hatte. Für sie eine schwierige Situation als Rechtsländerin über Rechtsaußen, aber erfolgreich 38 zu 25. Jetzt die Führung für Schwerin. Die Führung für Schwerin. Die Führung für Schwerin scheitert an Susi Grimm. Jetzt geht es wieder schnell und gestoppt. Fäckel durch. Sprecher. Stürmerfaul? Fragezeichen. Und Josefine Spicher nach der Aktion an Künzl erfolgreich zum 26 zu 38. Anze Tormann weit übers Tor. Und im Gegenzug scheitert an Susi Grimm. Die jetzt schon mit mehreren guten Aktionen die Schweriner Mädels auf Kurs hält. Und es bleibt bei der Führung von 12 Toren. Das ist das, was wir von Kerstin Felke kennen in der 9-Meter-Situation. Steigt auf, setzt den Ball nochmal ab, hat nochmal die Möglichkeit der drei Schritte. Die nutzt sie. Und sie erhöht zum 39 zu 26. Und wieder ein toller Pass von Susi Grimm. Und ich weiß nicht woran Jule Grünwald gerade gedacht hat. Auf jeden Fall nicht ans Tore werfen. Ganz frei alleinstehend vorm Tor. Scheitert sie an dem eigenen Leistungsvermögen und verzieht. Scheitert sie an den ganzen Platz. Sein Mann hat man schon was zurück. Und dann geht es noch nicht mehr auf dem Kopf. Die Bänze gehen zurück. Susi griffen erneut mit der Parade. Steffi Uwe erfolgreich, Treffer Nr. 40. Dem entgegen 26 für Strachsund. Das Ding ist durch. Schwerin wird im Finale stehen. Er kämpft sich dem Ball. Leitet ihn weiter auf Steffi Uwe. Die kurze Kontrolle und der Pass auf Venni Künzel. Und die mit dem zweiten Treffer in Folge zum 41 zu 26. Leidtragende, der ist getümmelt mit Antje Thurmann. Ist Cindy Blüm. Einen Schlag auf die Schulter bekommen. Muss runter von der Platte. Wünschen wir alles Gute, dass da nichts kaputt gegangen ist. Und drei Minuten 15 zu spielen. Wir haben eine spannende, packende Partie bis hierher gesehen. Strachsund in der ersten Halbzeit lange ebenbürtig. Aber jetzt verlassen die Strachsunderen die Kräfte und auch der Glaube. Und dann ist es natürlich für die Schwerin der Mädels unheimlich leicht. Schade, tolle Aktion durch Rone. Sie scheitert am Gebell. Und wie es für die Schwerinerin ist. Es geht schnell nach vorne. Und Steffi Uwe. Mit leichtem Grundverständnis, da der Griff zum Arm kam. Aber trotzdem der Treffer. Und im Gegenzug mit dem Treffer Nummer 27. Josefine Spricha. Und jetzt geht es schnell. Joda weg. Packt. Entschuldigung. Benni Künzel packt nochmal ein. Obendrauf. 43 zu 27. Jetzt muss auch so viel Dätke vom Feld. Hat sich wohl vertreten. Wenn ich sowas immer sehe, habe ich Angst um die Kreuzbänder. Wünsche mir auch ihr alles Gute, dass da nicht allzu viel passiert ist. Vielleicht nur ein Pferdekuss. Wünsche mir auch ihr alles Gute, dass da nicht allzu viel passiert ist. Die nächste Verletzung auf Strassunderseite. Jetzt hat es Julia Schwambik erwischt. Auch so mit leichtem Knieproblem. Sie bleibt aber auf der Platte. Schmerzverzerrtes Gesicht. Es geht nicht. Sie muss runter. Die Schmerzen sind zu groß. Auch ihr Gute Besserung. Wurf versucht durch Rone. Susi Grimm. Hält den Ball. Und jetzt geht es wieder schnell, wollte ich gerade sagen. Kerstin Felke mit dem Fehlpass. Aber Glück, dass der Gegenzug auch verpufft. Somit Schwerin nochmal knapp 50 Sekunden vor Spielende im Ballbesitz. Und nochmal die Möglichkeit, mit Treffer 44 auf sie aufmerksam zu machen. Ballverlust. Ballverlust. Und Sosefine Spricher nochmal zur Ergebniskorrektur. 28 zu 43. Oh, Schwerin hat das Handballspiel jetzt eingestellt. Und nochmal wird verkürzt durch Laura Schröder. Treffer nochmal. Auf 29 zu 43. Noch 5 Sekunden. Und es ist aus. Grün bei Schwerin zieht ins Finale ein. Um den HVMV-Pokal 2011. Schreisund hat alles versucht, hat alles gegeben. Und in Kürze sehen wir das zweite Halbfinale zwischen dem Pase-Walka-HV aus der Verbandsliga und der TSG Bismarck 2, die in MV-Liga spielen.